. Hi everyone! Ich freue mich,en Sie zur nächsten Version von Spanien, Sie sind mal ganz gut auf sugerichtet. Es ist eine große Sensation, die Wissenschaftler in Spanien in 14 Jahren sind kurz und sieiker nicht aus. Und wo man sich das Studium sondern sie werden mehr spätieren. Plastik. Und wenn sie in Plastik ausgeliefert werden, dann werden sie in eine Masse Probleme. Und deshalb haben sie alle große Sperren, auch die kleinen Anmels. Wenn sie in der Arbeit haben sie eine sehr schlauere Sensation, dann ist sie für ein Hobby. Federica Bertocchini ist auch Apikulturen und auch Wilds. Dentre sie sind in der Maulung. Die sind in der Leitungen. Die sind in der Leitungen. Sie hat eine Plastik gesetzt, um sie in Leu zu verletzten. Einmal lange, sie sah, dass sie das Plastik war. Die Überraschung ist, dass die Maulen immer mehr im Plastik war. Wenn sie sich die Marvelle anschauen, sie verletzten die Arbeit. Sie hat die Maulen gemacht. Sie verletzten Plastik. Sie verletzten Plastik. Sie verletzten sich die Tiere, die sie über die Worte verletzten. Durant eine Nacht, an 100 von ihnen melden 92 mg Plastik. Wenn die Osten schon dies, fangen wir ein Gramm. Eine der Pauk ist eine Sensation. Plastik ist ein Material fech-resistent, der schon einfach mehr von der Natur ist. Wir verwenden die Fläume, die wir in der Natur sind. Wir verwenden die Natur. Wir verwenden die Fläume, die Fläume, die Fläume, die Fläume zu kommen, die Fläume, die sich in den Rumänien zu kommen. Wenn die Fläume nicht die Gefahr sind, die die Fläume nicht mehr verwendet werden, dann wird die Fläume nicht mehr von den Fläume sein. Der Fläume gibt es einen guten Stoff, der sie nicht mehr von Fläume haben. Und die Fläume ist nicht imaginabel. Der Fläume hat die Qualität. Er hat beispielsweise Bakterien, aber er hat Probleme, Also, die Grund der Welt, wie viel Plastik ist, wenn sie mehr als Plastik ist. Aber wenn sie Pekerkei, dann ist sie, dass sie wieder ein Plastik finden können. Plastik ist viel in der Natur. Aber es ist viel zu tun, dass sie nicht mehr als Plastik ist. Plastik ist sehr wichtig. Zum Beispiel für Pekatatis, Botel, Schampo, Rechte und Tremel. Und in der Kriste haben wir zwei Plastik. Und in der Schweiz haben wir viele, 121 Kilo Plastik in den Ton, die in den Elefanten befinden. In der Schweiz gibt es etwa 1.000.000 Tonnen Plastik in den Ton. Was macht das Plastik? Die großen Teil des Plastik wird verwendet. Die Tonne ist sehr gut, wenn sie verwendet werden. In der großen Teil des Plastik wird es verwendet, um andere Kausse zu machen, um andere Kausse zu verwendet, oder die in den Kausse zu verwendet werden. Die Tonne sind Plastik. Plastik ist ein Material verwendet, und die Erfanten sind. Und das Problem ist, wenn sie es nicht mehr verwendet werden, sie sind einfach gut. Denn wenn es gut ist, dann wird es gut für die Natur. Was macht die Natur normalerweise? Es gibt zwei Monate, bis nach 20 Jahren aus dem Kausse, der Mehl, weil das Plastik in den Kausse zu verwendet werden. Wenn sie in einer Schamppu-Botel verwendet werden, 451 Tonnen, denn sie verwendet werden in den Kausse. Die Tonne ist in den Kausse. Die Tonne ist in den Kausse. Der große Problem ist, dass die Masse rummierenden Plastik in den Flüssen in den Flüssen in den Meer verwendet werden. Wenn der Plastik in den Kausse zu verwendet werden, die Tonne ist in die Tonne. Die Tonne ist in den Kausse. 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 Die Tonne RIght ist in den Kausse. Die Tonne hat sich schon Aber wenn ihr lebt bei den Kunden, ist nichts so. Ein bisschen anzimulter soll das eine solche Antatio an einer Masse mit einem 5 cm 9 ins Stock. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Von einem neuen Wetter wurde der 1.500 Uhr so entwickelt. Sieschte den honeypot und sagt, dass es nicht damit zu schießen kann. Siees Schmerz gibt es, dass die Welt als die Welt geschlossen wird. Und die Sendung wurde immer wieder auf den Sondages gesprochen. Auch in der Frühstück in der Frühstück ist es nur ein Basilikum. Vielleicht hat er schon lange mit einem neuen Basilikum, denn es ist einfach so einfach, dass es noch ein Wasser gibt. Auch wenn wir in der Frühstück haben, dass der Basilikum aufgeregt und aufgeregt mit der Lübe auf dem Ort, wenn wir in der Frühstück in der Frühstück stehen. Laura ist ein idealer für die Basile, weil mein Basile mit dem Teufel mit dem Teufel oder dem Teufel ... ... wie viel Pesto ist. Die Teufel sind in der Welt, weil wir die Primaverung in der Teufel sind und die Experten, die uns genauerdecken, was das Basile mit dem Teufel ist, was er machte. Wir sind der Hortolan in Tomei. Die Teufel sind aus dem Imperium und aus dem Teufel, aus dem Inmels. Die Teufel sind in der Welt, aber sie sind in der Welt. Die Teufel sind aus dem Teufel und aus dem Teufel sind. Adel hat das Basile in der Horticulturen. Die größere Vengeance plantet den Teufel mit dem Teufel aus dem Teufel. Was ist ein Teufel für eine spezielle für das Basile? Das ist ein Teufel. Es ist ein Teufel. Es ist ein Teufel. Es ist ein Glas im Meer. Es ist sowieso die Farbe verdeckt. Es gibt drei Scouts, die wir hier im Büffekt haben. Im Büffekt gibt es einen Kuppe, der hier in der Stadt der Läu. Wir sind hier, weil wir hier in der Milch sind. Wir sind hier in der Milch. 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 Wir sind hier in der Stadt. Wir sind hier in der Milch. Wir sind hier in der Milch. Wir sind hier in der Milch. Wir sind hier in der Milch, das wir hier in der Milch. Aber wir haben hier in der Milch. Und wir werden hier in der Milch. Wir wissen das, was wir hier haben. Wir wollen diese Milch. Wir wollen das Milch erst einmal in der Milch. Das Experiment wurde gerade in der Realität. Die Realität ist das Milch. Bis zum Frühjahr, wenn wir die Samira im Büffekt. Sie probieren uns, dass die Tipps funktionieren, aber sie wissen nicht, was es ist. In der Schule geht es in der Schule, er hat ein bisschen Flurs, er hat die Mutter in New York und er hat es in der Schule. Es geht wieder, es geht wieder ein bisschen. Es geht wieder mit der Schule. Exakt. Aber die Hortolane gibt es noch nicht mehr Tipps. In einer guten Loppe und in den Kopf mit einer Rösslinge. Natürlich gibt es die Basilie und Wasser, aber es gibt noch nicht mehr. Und in einer Masse. Zum Beispiel, wenn wir die Finastra haben. In der Nuss ist es ein Spitier. Spitier, weil es sich nicht mehr in diesem Kopf ist, aber es ist nicht so, dass es sich nicht mehr in diesem Kopf ist, sondern es ist nicht so, dass es sich nicht mehr in diesem Kopf ist. Nein, es ist nicht so, dass es sich nicht mehr in diesem Kopf ist. Aber auch die Tipps, die Experten an die Dauze sind und die wissen. In einem Jahr, wenn wir uns nicht mehr tun, dann schauen wir uns an ein gutes Pesto zu machen. Und wenn wir den Tipps an euch in Svetländer sind, dann sehen wir uns in der nächsten Baselik. Sie sind minischquart.rtr.ch Und wenn ihr ein paar Kletzchen in den Wandelstädten in Svetländer seid, dann sehen wir ein Pesto à la Minischquart. und zusammen kommt ein paar, sich erhert und er hat sich in der Hand. Wie wollen Sie das Wort da an der Ecke? Da Ava, da Ava! Die 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 Ava! Also, wir sehen uns wieder eine gute Nacht, wieder Lektion. Tschüss!